So Leute, herzlich willkommen zu meinem Unboxing-Video, zu meiner Gato GameCapture HD, zu meiner endlichen Capture-Kraft. Ich habe schon lange darauf gewartet, seit dem ersten Pfad von Let's Play Splatoon Online, und so wie ich es in Mauer-Grad-U-Tiger-Läden habe. Ich muss das mal aufgefühlen. So, jetzt ist es gut. Ich bin jetzt sehr klar. So, jetzt ist es hier. So, jetzt erst mal hier mein neuer Mikrofon und PC hier alles. Nur mal so, ja, mir gefällt's. Also ich habe sie erst mal ausgesucht hier. Und ja, hier ist die Capture-Kraft. Ich habe sie auch mal ausgebaut. Ich glaube, dass das nicht so lange dauert hier. Also so sieht sie hier aus. Sieht hier ganz jut aus. Finde ich auch. Also das ist meine Theorie. Wie ihr es findet, schreibt es mir in die Kommentare. Und nun fangen wir an mit den Kabeln, was es hier angeht. Ich sag's mal so, ähm... Ähm... Gefällt's dir an dieser Stelle. Also... Das ist... Keine Ahnung halt. Hahaha, jetzt nicht. So. Jedenfalls ist hier... Ist hier der USB-Anschluss mit alles. HDMI ist auch drin. Und dann ähm... So ein anderes Kabel. Da muss ich nochmal nachgucken, was es damit auf sich scheint. Und dann wird das mal anschließen. Ist uns hier mit dem Kasten angeedikettet. Wir haben bestimmt noch von diesem, ähm... Dingsvideo. Wir haben süßen Autovideos halt. Und mit dem Laptop da... Ja... Mal schauen, wie das da wird. Ja... Ähm... sehr geil drauf seid heute. Dann würde ich sagen, dann bis bald, Leute. Tschüss.